Und? Wie läuft's im Bett? Kriegt er noch einen hoch? Ich möchte gerne mal wissen, woher du diese Boshaftigkeit hast. Wieso? Ich denke, du willst ein Kind von dem. Wer will ein Kind von dem? Bitte, ich will das hier nicht in aller Öffentlichkeit! Meine Schwester hört ihre biologische Uhr ticken. Hm, das war bei mir auch so, aber es geht wieder vorbei. Ihr Typ ist Oberstaatsanwalt, so totaler Workaholic. Nein, nein, nein! Ah! Komm mal! Ich verwalte das Geld! Du machst sie jetzt mal hübsch! Mach dich frisch, zieh dich an! Komm, zack! Die Schuhe! Die hier kann ich unmöglich dazu anziehen! Ist egal! Hier, das für dich! So kann ich nicht rumlaufen! Ich seh aus, wie er... Du siehst sexy aus! Verdammt noch mal! Das weißt du ganz genau! Stell ich mal nicht so an! Vielleicht fällt's auf! Und das für dich! Und das für dich! Und das für dich! Und das für dich! Ich bin zum Verzeihung! Gut, gut! Ich nehme deine Entschuldigung hiermit an! Sag mal, hättest du mich nicht anrufen können, um mir zu sagen, dass es später wird? Nein, ich war mit was sehr Wichtigem beschäftigt. Oh, bitte erspare es mir. Oh, nicht das, was du jetzt denkst. Ja, dann hättest du anrufen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017